Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nimmerland Box von RIN. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nimmerland von RIN, das Ganze am 6. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, es ist kein Nike Schuhkarton, sondern es ist tatsächlich eine Deutschrap Box, auch wenn die verdammt ähnlich aussieht. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, wir haben hier eine Schweißnaht, die bietet sich immer gut an. Und dann geht's auch schon los. Also, wir haben hier eine Box im Schuhkartondesign. Also es sieht wirklich eins zu eins aus wie so eine Nike Box, wenn man Schuhe kauft. Also, als ich mein letztes Paar Air Max geholt habe, dann sah das dem Karton hier verdammt ähnlich. Wir haben hier die Box in Rot und dann haben wir hier in Weiß den Nike Swoosh, wie man es kennt. Allerdings, darüber wird es dann etwas merkwürdig, denn wir haben hier dann nicht den Schriftzug Nike, sondern in diesem Fall U-Buff. Das Wort kennt man eventuell von RIN. Es kommt aus dem kroatischen bzw. bosnischen und heißt so viel wie Liebe und ist zeitgleich auch eine Marke, hauptsächlich so für Merchandise und ja, eine Modemarke von RIN. Das Ganze hier auf der Seite auch nochmal beschriftet. Hier auch, hier nochmal größer und hier haben wir dann U-Buff und anstatt Größenangaben und so weiter haben wir dann hier RIN Nimmerland. Einmal gut leserlich und dann einmal so etwas verbogene oder ungeordnete Buchstaben. Barcode ist hier im Eck, ansonsten gibt es hier nichts zu sehen. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Also, wir haben hier wieder das U-Buff Nike Logo, dann Gold League, die haben den Vertrieb gemacht, Sony Music und Division. Division ist ja das Label, den Vertrieb hat Gold League gemacht und das ist mehr oder weniger so eine Urban-Abteilung, so wie bei Universal Urban, ist Gold League das Urban von Sony Music. So, was lesen wir hier in Nimmerland? Okay, also die Infos zum Album. Gut, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze geht hier ganz regulär auf. Ja, was soll ich sagen, auch das Innenleben erinnert sehr stark an einen Schuhkarton. Wir haben hier auch dieses Papier. So, das machen wir mal weg. Und dann kommen wir zum ersten Inhalt. Wir haben hier einmal dabei ein Nike U-Buff Shirt. Dann haben wir das Album an sich, Nimmerland. Eine Kette, sieht so aus wie so eine Halskette. Interessant, gerade für mich, der hier in Österreich wohnt, steht hier nämlich drauf, Schöffel Austria. Okay, eventuell haben die das hergestellt, eine Firma Schöffel aus Österreich. Werde ich da mal im Nachhinein mich erkundigen. Und dann haben wir hier noch ein Poster. So, mehr ist hier nicht drin. Die Box der Karton hier von innen braun und rot. Und dann machen wir den mal zur Seite. Und dann starten wir mit dem Album. Aber bevor wir zum Album kommen, holen wir hier noch das Shirt aus der Folie. Und dann geht's los mit dem Album. Es ist das zweite Soloalbum von RIN. Wir haben hier das Cover, das Album kommt in einem regulären Joule Case. Und wir haben hier auf dem Cover eine Hand, wahrscheinlich die von RIN, die hier eine kleine Kugel in der Hand hält. Und auf dieser Kugel sehen wir hier oben einmal eine Landschaft. Das ist Nimmerland aus Peter Pan. Dann haben wir hier noch eine Rolex, die hier um diese Kugel rundum ist. Und dann im Hintergrund sind jede Menge Details noch. Also wir haben hier unter anderem das Yubaf Logo hier in rot und weiß. Dann haben wir hier diverse Bezüge zu Amirap. Jawohl, also wir haben hier unter anderem Biggie, Frank Ocean erkenne ich hier oben noch. Also da ist echt einiges los hier im Hintergrund. Auf der Seite das Ganze in schwarz und rot. RIN Nimmerland. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks an der Zahl und wir haben ein paar Features drauf. Und zwar haben wir hier ein Feature von Bowser, eins von Bilderbuch und dann auf dem letzten Track, auf dem Vintage Remix, haben wir noch ein Feature von Sido und Luciano. Jawohl, dann schauen wir mal hinein. Das Ganze beginnt wie immer mit dem Booklet. So, das ist recht dünn. Ja, tatsächlich, es sind regulär einfach nur zwei Seiten. Das ist so ein Einleger. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Infos zu den Credits. Also wer hat hier wofür sich erkenntlich gezeigt? Also wer hat hier produziert? Wer hat hier gemixt, gemastert? All das kann man hier nachlesen. Okay, also die wichtigsten Infos sind hier dabei. Und dann haben wir hier noch auf dieser Seite ein etwas abgewandeltes Cover. Ja, kann man eventuell als Wendecover verwenden. Sieht auch nicht schlecht aus. Ich werde es jetzt mal bei dem regulären belassen. So, die CD sieht dann so aus. In schwarz und dann hier mit diesen bunten Farbbalken. Rückseite ebenfalls. Blank schwarz. So, das war's zum Album. Wir kommen zum nächsten Inhalt. Ein Shirt. Das Shirt in schwarz und weiß. Und wie man erkennen kann, ebenso wie der Karton. Ist das Ganze eine Kollaboration, eine Zusammenarbeit mit Nike. Also RIN, meines Wissens der erste Rapper, der mit Nike einen Deal hat für seine Boxen. Es gab ja schon diverse Puma-Inhalte, aber Nike ist, glaube ich, jetzt Premiere hier bei RIN. Wir haben hier ein schwarzes Shirt mit diesem weißen Nike Swoosh plus eben U-Buff Schriftzug. Ansonsten ist das Ganze hier komplett in schwarz. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Also auch hier alles komplett in schwarz. Ich dachte jetzt ursprünglich, nachdem das hier in diesem Plastik war, dass das hier eventuell auf der Rückseite des Shirts steht. Aber wie sich dann herausgestellt hat, war das eben nur hier auf die Folie aufgedruckt und nicht auf dem Shirt. So, wir haben hier das Etikett mit einem Anhänger. Just RIN, nicht schlecht. Also Just Do It, der Slogan von Nike, auch noch abgewandelt. Und dann lesen wir hier 100% Baumwolle, made in Portugal. Grüße gehen raus. Also das liest man auch sehr selten, gerade bei Shirts, made in Portugal. Das ist echt selten der Fall. So, dann packen wir das Shirt wieder zusammen. Das Shirt ist übrigens eine Einheitsgröße. Also ich glaube, ich habe es jetzt gar nicht vorgelesen oder gar nicht genau gesehen, aber ich glaube, es steht jetzt hier auch nichts dabei. Es dürfte, soweit ich weiß, L sein. Eventuell haben wir hier unten noch irgendwo einen Hinweis. Nein, sieht nicht so aus. Hier unten ist sonst nichts mehr. Okay. Ja, aber rein so von der Optik und wie ich das hier einschätze, ist das ganz klassisch. Einheitsgröße L, die in allen Boxen gleich ist. So, dann kommen wir zum nächsten Boxinhalt. Das ist in diesem Fall diese Halskette, die mich echt schon neugierig gemacht hat, wegen diesem Sticker hier. Also wie gesagt, Truffle Austria, falls ihr wisst, was das ist. Ich kenne zwar eine Marke mit diesem Namen, aber die schreibt man glaube ich mit Ö und die machen meines Wissens so Skibekleidung. Wäre mir neu, dass die solche Armkätchen machen. Also wir haben hier eine schwarze Stoffvariante, also das Ganze hier mit schwarzem Stoff zusammengebunden. Und dann haben wir hier die einzelnen Buchstaben in so Würfeloptik. Also hier haben wir pro Buchstabe einen Würfel hier zum Drehen. Und dann lesen wir hier eben Nimmerland. Ganz egal von welcher Seite wir uns das ansehen, kann man dann natürlich auf die Hand machen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, muss man mal anschauen, wie man das irgendwie aufmacht, weil... Ah ja genau, hier. So, jetzt habe ich es. Dann kann man das hier wunderbar... Genau. Dann kann man das hier schön an der Hand tragen. Also, wer Nimmerland hier zur Schau tragen möchte, der kann das natürlich dann wunderbar machen. Mein Fall ist es ehrlich gesagt nicht so, weil ich bin generell jetzt nicht so der große Armbändchen- oder Halsketten-Fan. Deswegen werde ich die mal hier drin belassen. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Poster mit dabei. Und dieses Poster sieht so aus. Es ist ziemlich groß, in schwarz und weiß gehalten. Hier lesen wir wieder Just RIN. Und hier unten dann noch U-Buff. Jawohl. Das Ganze ist hochformatig. Die Rückseite ist blank weiß. Also, im Hochformat und einseitig bedruckt. Jawohl. Das war es auch schon. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster. Dann dieses Armbändchen hier mit Nimmerland-Würfeln. Das dürfte auch das sein, was wir hier auf dem Cover sehen. Dann haben wir das Shirt in U-Buff Optik. Also U-Buff Nike Optik. Und natürlich das Album an sich mit insgesamt 14 Tracks im regulären Julkis. Jawohl. Das alles. In diesem wunderbaren Schuhkarton, in dieser wunderbaren Box Nimmerland von RIN. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album, beziehungsweise der Box. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr RIN unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.